So Leute, es geht hier weiter mit God of Warak Ork. Ich habe mich dazu nur entschlossen, doch noch weiter zu spielen. Aus meiner Sucht heraus. Atreus, ich habe Dürrlin auch nochmal gesehen. Als der Speer geschmiedet war, tauchte Odin auf. Mit Dürrlin im Schlepptau. Er bedrohte ihn, als ob er wüsste, dass ich ihn kenne. Aber wenn Odin es wusste, dann haben wir so getan, als würden wir uns nicht kennen. Und er, als würde er uns nicht durchschauen. Guck mal da. Er ist ein guter Lügner. Wen haben wir? Die ganze Zeit haben wir verkehrt. Ups, der Pisser. Ja, sei still! Hinter dir, Muda! Hinter dir, Muda! Oh, scheiße Muda ist soweit! Sehr lecker! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Wipps. Wipps. das gleiche die haben alle die gleiche animationen ha alter einfach Untergiefer zerrissen den Harz neuerich der Untergiefer töte die Vulva das Portal ok die kommen noch nicht lang weißt du ich das Ding aktivieren oder nicht das ist die Frage ne das ist ja erstmal vielleicht haben wir hier was weil hier ist auch irgendeinen Weg na sieht nach Erohene aus ein Jäger lebt hier ein Unversichtiger wieso das wir kennen sein Versteck was ist er denn sieht nicht so gesund aus oder soll ich ja ich muss das Ding aktivieren ne schüsse mom schüsse ich aktiviere die mal komm wir haben keine andere Wahl was ist das hier eigentlich aus 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 klar klar ja 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 da haben wir doch was was ist oika oika geht schon ne ach scheiße teilweise teilweise zu aber auch nicht für den Buchstaben B N E nein hier ist schwer ein Geist ey wie viel Geist er noch was willst du hast du Kinder ja dann wirst du mich verstehen mein Sohn dieses Spielzeug es war für ihn aber jetzt ist er fort an diesem Tag so viel Chaos und Tod ich war in Panik suchte meinen Sohn bitte helft mir meinen Sohn in Volkmongel wiederzusehen wir helfen ihm doch oder? nur was war das letzte was du sahst Geist Statue zwei Stück Drachen voneinander abgewendet allein wie mein Sohn dieses Spielzeug wird mich zu ihm zurückbringen seine Geschichte ähnelt den anderen hier vom Tod von einem geliebten Menschen getrennt wir müssen sie zusammenbringen richtig wirklich ich dachte du sagst sowas wie Tote zu vereinen ist sinnlos ist es mal nicht wo ist hin? wo waren alle da mit die Buchstaben da ja treffen wir klaren Vorteil ne? das ist richtig ne? ein N ok ok das ist eins ach ne das ist ein H H ne? das ist keine H N ja ja es fehlt uns nur noch eins muss ja auch ein hier in der Nähe sein hier war noch was und hier ist es offen kommt in die Scheibe oder? ja wenn wir weiter hier lang gehen müssten wir zur Höhle des Flugdrachens kommen ja ah na warte mal lass mal das mal lass mal das mal lass mal das mal auf dann gehen wir mal hier gucken wo ist denn hier? ist ja auch nichts hier sehe ich aber auch keinen wo ist der Ort denn hier? wenn da keiner kommt hm hm sieht schön aus hier ne? wo ist denn das letzte Teil? muss überall sein überall wo man hier in der Nähe sein kann eigentlich ist es ist fitnix fern 3 2 1 1 1 haben wir das geschicht versteckt das kommt von mir aus zum dach Da müssen wir erst mal das Pfeil springen, ne? So, jetzt haben wir was aber. Oh, eine Truhe gibt's auch noch. Und ich schau, wie er so ein Gesangsvieh. Ah, die Axt lehnen. Okay. Wo komm ich denn nicht hin? Okay, dann lass ich das erst mal. Okay, jetzt noch eine Abkürzung. Vorsicht, Olga! Vorsicht, Olga! Ich komm ja nicht rüber. Hey, und wer ist das denn bitte? Achtung! Achtung! Hier kommen auf jeden Fall nicht ran. Was ist das? Hä? Aber ich sehe auch keinen anderen Weg. Oder muss ich die Zeit umstellen nochmal? Vielleicht geht's da ran. Hö? Ja. wir sind jetzt hier bei nacht da ist noch die markierungen oika bei mir sieht es direkt vor sich Man, ich will da einfach nur rüber. Dann kommen wir da irgendwo anders rüber. Das ist ja mega scheiße gemacht. Von da ist man nicht rüberkommt. Wir müssen weiterfahren. Falls hier irgendwas nicht unklar ist, dann müssen wir was halt cutten und dann machst du es offline. Also, Memir, wie wurde Garm eigentlich eingefangen? Das war Tierswergen. Er lockte die Bestie an einen sicheren Ort und lenkte sie ab, indem er sie an seinen Arm kauen ließ. Als die Ketten saßen und das Tor nach Helheim geöffnet war, biss Garm Tiers' Arm aus Rache. Merk dir, was du sagen wolltest. Es wird Blutkrieg. Es wird Blutkrieg. Ach, hier ist er am Boot. Okay. Komm ich hier hin. Hey. Oder kommen wir hier wieder raus? Ach, hier kommen wir wieder raus, äh, scheiß hoch. Dann karte ich hier und wir sehen uns noch gleich. Ach, hier kommen wir wieder raus. 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 So, wir sind ... Ja, es hat geklappt. Hier kommen wir wieder raus. Hier kommen wir wieder raus. Ich verstehe. So, warte, wir gehen jetzt mal hier rüber. Die haben wir noch nicht. Oh! 4.000. Was ist das hier? Nix. Okay. Okay. Oh, wie hieß er sonst? Willst du nicht lieber nach vorne als nach hinten schauen? Haben wir schon versucht? Es gab Probleme mit ... Nein! Oh. Oh. Eine kurze Zeit lang dachte ich, ich könnte mich daran gewöhnen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wir sind direkt über dem Ogre. Ah, jetzt sind wir hier, wo wir eine Schinke haben. Wir kämpfen! Ja, da kommt noch einer. Hinter dir! Vorsicht! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oh mein Gott! Das war unser, du egoistisches Schwein! Er ist zurück zum Hochsitz. Verfolgen wir ihn! Wie geil war das denn inszeniert? Ah, und hier ist wieder eine Questaufgabe wahrscheinlich. Jetzt kannst du zu deinem Sohn. Ich fühle dich ja alles zusammengekehrt, finde ich gut. Sie hatten sein Gesicht wieder zu sehen. Ich schenke ihm dies und erzähle ihm von den tapferen Menschen, die mir halfen. Jetzt kannst du uns helfen. Was hast du an diesem Tag gesehen? Ich war in der Medhalle. Thor war da. Er hatte einen merkwürdigen Trinkkumpan. Eine Kreatur, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Sie hatte ein Fass mit Med, das ich einfach nicht leeren wollte. Was haben sie gemacht? Sich einfach betrunken, wie es schien. Sie reichten Getränke rum, feierten. Und alle hatten ein paar zu viel. Aber Thor, er hat mit Abstand von allen am meisten gezüchtet. Abgeschlossen. Thor hat sich schon immer gern in fragwürdiger Gesellschaft betrunken. Aber von so einer Kreatur höre ich zum ersten Mal. Das bringt uns leider nicht weiter. Eines wissen wir. Thor war schon besoffen, als das Tal zerstört wurde. Schöne Probe. Es gibt vieles, das wir nicht wissen. Und ob deine Mutter beteiligt war, ist auch noch unklar. Da. Da. Da springt er. Vielleicht ist auch riesig verstecken, aber keine Chance. Ha ha ha. Ha ha ha. Komm schon wieder. Du bleibst noch auf? Du bleibst sie, ich habe keine Chance, dann aneimler zu fliegen. Du bleibst sie mir. raus. Der kann man doch machen. Ähm. Und wie ist das jetzt nicht da? Soll ich die Nummer A haben? Wahrscheinlich muss ich hier Taxi überkommen, oder? Kann man denn nochmal hoch? Weil es nicht da Achso Da kann man hoch aber nicht runter Jetzt stören die Gegner uns auch nicht mehr Scheiße, mir stört aber, dass wir jetzt nachts haben Weil ich genau den ver... ...den beschissene Zeit habe Wo sind wir denn jetzt? Frühling Wiedergeburt Erneuerung Ich hab den Duft dieser Blumen vermisst Tut mir leid Kleider Komm einfach endlich zurück Boah Sieht da schön aus hier Ich weiß auch gar nicht wo ich lang gehen muss Oder will ich oder... Aber das ist kein... Nö, das ist ein friedlicher auch glaube ich Das ist nice Gut Hacksilber Erstmal hier oben alles... Flair Müssen wir das systematisch schon mal vorgehen Okay, hier kann man doch raus, ne? Ah, da ist das Eichhündchen So, jetzt gehen wir mal in die Tasche tiefer So, jetzt gehen wir mal in die Tasche tiefer Geht's auch noch Ohhhh Stylefragmente So, jetzt machen wir hier was Oh, da war noch... Ne... Wir gehen gleich da rein, aber hier war noch irgendwas Was? Wie kam er da hin? Warte mal, da ist ein Loch Das ist die letzte seiner Skizzen Vermutlich gibt es bald einige neue Schwerthälfte Ja, das sehen wir uns gleich mal an Das war aber auch versteckt Hier ist auch noch was Was kommt er denn da hin? Ich verstehe aber nicht Da war da noch ne Truhe Kann ich da rein? Oh, da ist noch so ein Ding Was war das? Hat der See auf die Zerstörung des Kristalls reagiert? Das scheint so. Die Lande von Vanaheim sind auf jeden Fall lebendiger als die andere Welt. Vielleicht ist er froh, dass der Kristall weg ist. Hm, sieht aus, als wollte der Teich noch etwas. So ein Kristall reinwerfen? Was war das? Oder war das hier die Stelle? Wo wir noch nicht waren. Ah, danke. Könnte sein. Wie soll ein Kristall reinwerfen? Wo kann man das machen? Ah, hier. Oha! Steinbächer, Brauchpanzer. Wow, es hat geklappt. Da, er hat uns auch was geschenkt. Oha, die Ausrüstung wird nützlich sein. Direkt, äh... ...Alarm aber kommen. Wie praktisch. Gut, dass wir schon einige Kristalle gesammelt haben, was? Hm. Das wäre das in lange Dauer. Das kann man eigentlich mal hier gucken. Und da, was ist denn da los? Ähm, vielleicht waren wir ja hier schon. Ach, Skala waren 18 Stück. Junge, was ist denn da los? Haben wir denn hier schon? So, von der Seite. See, das war das. Mal. igh